Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Moon Quest! Party! Oh mein Gott, ich werd bespuckt mit Steine. Wie komm ich jetzt wieder da hoch? Guck mal, so kommst du hoch, so kommst du hoch, so kommst du hoch, warte, geht es? Guck mal, so. Wir haben eine innere Treppe. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Oh mein Gott. Warum bauen wir gerade unser Haus zu? Weiß ich nicht. Weil's cooler aussieht. So ihr Sklaven nochmals, ich brauch Eis. Äh, ich hab kein Eisen. Er hat meine Tasche wieder kaputt gemacht. Steven, ich geh in meine Mine und guck mal, ob ich was find. Okay? Ja. Weißt du, ich tue jetzt eine Treppe zu meinem Bett bauen. Weil... Du weißt ja, ich hab's nicht so, ne? Wegen Arthrose und so. What the fuck? Eisen, Eisen. Gib mir den Hut, das ist mein Hut. Ich weiß, du weißt das nicht. Kohle! Mal ein bisschen Kohle abbauen hier. Kohle, Kohle, Kohle! Der einzige Besitzer davon sein. Von was? Eisen? Nein. Von was dann? Von Hüten. Ach, scheiße. Stimmt, dafür brauchte ich das Ding. Ach ja, ich muss noch... So, du baust dir keinen Hammer. Ich wollte gerade, aber dafür brauch ich die nächste. Ähm, Steven, ich muss ja noch anmerken, dass ich jetzt Modpack drin hab, ne? Wieso tust du meine tolle Treppe? Ähm, Techstoppack hab ich jetzt drin, Steven. Welches denn? Äh, Facts? Das, was ich dir reingemacht habe, ja. Ja, jetzt hab ich Facts drin. Umso besser sieht die geil aus jetzt. Äh, so. Kohle, 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 Kohle. So, ich behalte meine Hammerbestandteile bei mir. Ist das eigentlich Öl? Sieht aus wie Öl. Nein, wir fangen nicht an, Öl hochzupumpen. Wieso nicht? Das ist eine ganz schlechte Idee. Stimmt's, weißt du? Oh ja. Ja, das stimmt. Ich mein, du bist wie oft gestorben? Ich weiß es nicht. Ich glaub, du bist dreimal hintereinander gestorben, weil du da runtergefallen bist. Und jetzt haben wir eine Ölüberschwemmung. Mhm. Ja. Warte mal, hab ich in meiner Kiste hier drin noch Eisen? Ah ja, ein Eisen hab ich da drin. Aber ganz ehrlich, hab ich eigentlich 8 Death Points? Ah, guck mal, ich hab... Wie viel Eisen brauchen du, Steven? Also, ich hab neun Eisen. Wie viel brauchen du? Also, ich hab jetzt neun Eisen. Ich hatte mal Eisen, aber dann bin ich bestimmt. Koppel. So. Äh, was war die Frage, wie viel Eisen ich brauche? 36. 36 brauchst... Was, 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 was brauchst du? Ich hab Kohleofen. Hier, hier, hier. Es passt dazu. Zum Stand. Du hast dich schon aufgenommen. Einen Ofenkartoffel. Sauerart. Hey, ich mein's ja nur, weil deine, äh, dein, dein Mörtel fast ausgelaufen wär wegen Kohle. Da hab ich jetzt mal Kohle nachgesetzt. So. Das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir ja da runterlatschen können. Steven. Also gut, ihr wollt wirklich das Öl hochpumpen, hab ich gehört. Am Arsch, Alter. Das kannst du schön machen. Ah, fuck. Okay, Meister, ich brauch deine Hilfe. Okay. Wo muss ich hin? Bau mir ne Pumpe. Ah, fuck. Haben wir das Zeug dazu da? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was wir brauchen. Äh, so ein kongres Glashaus brauchen wir? Ja, dazu brauchen wir nur Sand. Sand haben wir. Ähm, Minenbauer, dann brauch ich sechs Eisenbahnen, einmal Redstone, Zahnrad und ne Eisenspitze. Was für ein Zahnrad? Äh, Eisen-Zahnrad. Wir haben das Licht ausgemacht. Das heißt, wir brauchen viel mehr Eisen als 36. Ja. Äh. So, Kalatsch, Kalatsch, Mikhoff. Okay, dann ist das... Muss aber nicht unbedingt ein Problem sein. Was denn? Je nachdem, wie viel Eisen wir hier finden. Steen, du kannst auch ein bisschen helfen, gell? Dreh dich mal um. Hä? Was machst du? Hä? Hä? Wie ein Wegpunkt jetzt setzen. Hä? Öl! Seid ihr runtergegangen? Ja. Ich hab zwar keine Spitzhack, ich hab Blümchen, die ich euch da hinsetzen will. Ich glaub, das sieht aus wie Eisen. Oh, warte, warte. Das ist nicht der Ölpool. Das ist nicht der richtige Ölpool. Was? Ich glaub, ich hab Eisen gefunden. Hier, Dame, Dame, Dame. Guck mal her, guck mal her. Hm? Blümchen. Blümchen! Ähm. Mach den Steven erst da drüben. Er spielt wieder an sich rum, wie immer. Oh Gott, nein! Nein! Das arme Blümchen. Nein, das hab ich vorher zu Dame geschmissen. Oh Steven, ich hab Eisen gefunden. Versuch dir in Lava zu schwimmen. Ja, try to swim in Lava. Ich sollte nicht mehr trinken und äh... Gleichzeitig Mannkraft spielen. Ja, und versuche mir vorher noch die Hand zu brechen beim Pfund. Wenn wir aufnehmen wollen. Ah ja. Zu viel U-Porn, ne? Ja. Gästeam. Ja. Der Klassiker halt. Aha. Neue Weg machen. Steven, der Hunter hat's, äh, äh, Eisen da hinten. Bei dir. Okay. Da drüben. Ich muss mir erst einen Neuweg machen. Öl. Für was? In pink. So. Remove altes Öl. Ja. Okay. Ich sitz jetzt direkt über dem, über dem Öl. Das kommt, ne? Zack, 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 zack. Also, ihr wolltet das, ne? Was? Öl? Ihr wolltet, dass ich so hochpumpen? Ich hab' gesagt nein. Ich hab' gesagt nein. Du hast gesagt, du willst haben. Das genau gehört. Also, ich wiederhole. Ihr habt gesagt, pumpt das Öl hoch. Wir brauchen das unbedingt. Steven, Steven, wo bist du gerade? Ich baue mich gerade wieder hoch. Oder warte, nein. Ich mach' das mit Dommeln. Dommeln tut dir auf, ne? Ja, ja. Komm' mal her. Ich besame dich jetzt mal. Äh, äh, lecker. Bauen wir uns eigentlich wieder so eine schöne Bohrenze? Könnten wir mal. Nein! Ich wollt' grad sagen, oh, da ist was kaputtgekommen. Ah, das ist schlimm. So, jetzt haben wir einen schönen Gang. So. Ahaha, nur da vergass, ich hab' alles dabei, um hier noch einzubauen. Hä? Gib mir die Steinspitzhacke. Was ich mir für Gefahren aufheilen se, nur damit ihr euer Öl kriegt Jetzt fangt er schon wieder an mit seinem Öl Ich wollte es überhaupt gar nicht Der Meister wollte haben Immer will ich das Öl Ah ja Oh, guck mal, Eisen Boah, Gott, ich will gerade fast runterfallen Ich sterbe Oh, ich höre einen Monster Ein Zombie Ein Zombies Ich wette mit dir, ich komme gleich bei irgendeinem komischen NPC-Villager raus So, jetzt machen wir erstmal die Lava weg Deswegen machen wir da erstmal eine Fackel hin Mussten wir unbedingt auf einem Berg bauen Steven Du weißt Ich sag zu diesem Kommentar jetzt leider nichts Weil ich derjenige war, der gesagt hat Nein Ich bin oben angekommen, alles hell Stirb Schleim Warum ist die scheiß Lava noch nicht weg Ich sage, der Schleim hat mich getötet Ja, das würde ich jetzt aussagen Welcher Schleim, der hier runtergefallen ist? Der Slime hat mich nicht weggetötet Der hat mich in die Lava geschimpst Das würde ich jetzt aussagen Du bist ausgerutscht auf dem Schleim Ja Ich verstehe schon Ich verstehe schon Alter, du hast das viel Öl Ja, ja, wir pumpen alles hoch Wieso liegt hier eigentlich mitten im Nichts Eine Workbench Ich habe überall Workbenches aufgestellt Nur falls in dem Fall, dass wir mal haben Welche Also ich habe nochmal 8 Eisen, Steven Wie viel haben wir insgesamt? Also ich habe jetzt 9 plus 8 geht 17 Ich schmeiße es geschwind unten in meinen Ofen Zack So, dass der Ofen mal arbeitet Oder warte mal Walkbench, da kann ich doch gleich mal Mein Dings bauen Und nochmal Was denn? Eine Steinspitzhacke Brauche ich nämlich Weil meine Eisenspitzhacke Den Merk schon aufkippt Warte, dude, warte, dude, warte, dude Warte, warte Ich bin doch nicht fertig Ich Same da jetzt reingucken Was ist denn mein Herz für Zeug Kalak, kalak, kalak Was ist das für Zeug? Kohle oder was? Guckst du dir an Was? Ich habe Raw Silicone Ich habe Silicone gefunden Steven Ich wollte mich davon selbst verzeihen Ich habe extra hier schön abgezäunt Alles safe, was ich hier gemacht habe Rechtlich gesehen Steven? Ja? Gewittert es gerade? Ja Ja What the fuck Oh mein Gott, ich muss ein Dach über mein Ölloch machen Es regnet runter So, Lava, geh weg So, Lava ist weg Naja, es regnet ja Also, ist nicht schlimm Dass der Blitz gerade unser Haus getroffen hat Mit unserem Holzdach Hey, ich habe Sulfo gefunden, Steven Eisen Und Redstone Wir brauchen Redstone Ach du und dein Redstone Was denn, wir brauchen es für die Pumpe Du kannst ja mithelfen gucken Ich bin doch schon da Glaub ich auch Komm Da vorne ist so ein Loch Da kann man runterspringen Das ist der Expressway Echt? 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 Oh Meinst du hier? Da hat das Licht ausgemacht So Noch mehr Ich glaube, ich springe ja nicht noch mal runter Pumpeelstone Ich nehme doch lieber die Treppe Und diese Leiter macht mir voll Angst Ist so Ja, ne, die sieht nicht sicher aus Die Leiter Ich meine Im Gegensatz zu meinem Ölloch Was total abgesichert ist Kann mir irgendjemand Vielleicht eine Spitzhacke oder so Ich habe nämlich mal so Gar nichts Eine Steinspitze Guck's dir an, Lud Jawohl Die spawnen überall Diese Workvenches Weil du 500 Tint baust Ja Es ist nie verkehrt Eine Workbench dabei zu haben Oh, guck mal Da ist noch Eisen Eisen, Eisen Steven, jetzt sag nur einmal Ich habe kein Eisen Sagt er Als in die Lava fiel Ja, Steven Ja Ich habe gerade keine Lava Deswegen ist das jetzt mir auch Eigentlich furzpups Egal Ich nehme das Sulfur mit Weil das brauchen wir bestimmt Irgendwann mal Bist du gerade Eisgarten runtergefallen? Nein Weil ich kenne Steven Weil nachher sagt er Ich brauche Sulfur Und dann hören wir keins Gell? Oh Gott Ich weiß nicht Wir brauchen Rohes Silikon Oh, fuck Stirb Rohes Silikon Habe ich, glaube Äh Warte ich mal Ich habe es Hä? Wo ist es hin? Wo ist es da, Mann? Ach ja Sechs Stück habe ich Rohes Silikon Das ist gut So viel brauchen wir Hä? So viel brauchen wir gar nicht Aber was wir haben Okay So, ich baue das zweite Erdloch hoch Ich will mit, ich will mit, ich will mit Was ich brauche ist mal was zum Essen Essen? Weißt du, da stehst du unten am Mö Achtung Achtung, Achtung Ich kriege es nicht Ich kriege es nicht Sie sind bestimmt runtergefallen Ich gehe nach Ich habe sie Okay, wie komme ich jetzt hier wieder aus? Okay, ich habe es geschafft So mal, das sind mal acht Eisen Dann können wir die weitere sieben reinschmeißen Wo ist denn jetzt Sommer? Ich habe keine Ahnung Ich bin wieder an meinem Haha Bist du nicht? Haha, du siehst mich nicht, aber ich sehe dich Nicht hochgucken Guck mal, da kann man auch noch was Tut und tun Hey, cool Ob man den Weg nach oben hat Mh, lecker Was ist das? Was? Baked Potatoes? Seit wann haben wir Kartoffeln? Die ganze Zeit, wir haben im fucking Dorf direkt vor uns Achso, okay Dieben hat sie ausgeraubt, geplündert, gemolchtet Getötet Nur wenn sie coole Hüte hatten Nur, nur Nur wenn sie coole Hüte hatten Aber dann nur Dann So Ich bahn mich mal durch die Schlucht Und hol noch mehr Kohle Wir brauchen bald keine Kohle mehr Wieso? Wir haben Öl Ich brauche aber Fackeln Wir brauchen bald keine Kohle mehr Ich habe Kupferbärensträuche gefunden Cool, nimm mit, die können wir wieder anpflanzen Und irgendjemand, der hier eine Fackel hingeschmissen hat Irgendjemand hat sich eine Fackel hingeschmissen So Ich habe jetzt 64 Ah, sonst ich habe Oh, guck mal, das ist noch mehr Öl Glaub mir, wir haben zu wenig Glas Damit wir so viele Öltanks hinbauen können Ich weiß, wovon ich spreche Echt? Ja, ja, das tut Ja, das tust du Aber da ist noch mehr Eisen So Öl Zwei Auch in pink Ich habe schon wieder fünf Eisen Cool Ah, da ist schon wieder cool Kohle Kohle, 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 Kohle Was macht ihr oben gerade? Hä? Hm? Was macht ihr gerade? Ich sichere gerade die zweite Ölschlucht ab Und ich versuche Steven daran zu hindern Hey, Anne ist schon wieder in der Aufnahme dabei Ja, sie kann nie ruhig bleiben Nein, das geht nicht Das Schöne ist, dass sie nie weiß, dass sie da ist Naja Alles gut Sag mal Hallo Hallo Jetzt ist es schüchtern Also Vorsicht Höhl Tiefes Loch Noch jemand, der sich über Zwei Oh, oh, wohin Ähm, ähm 42 Meter von unserem Haus weg Ach, warte mal Ich habe ja so viel Eisen Da kann ich ja mir noch eine Spitzhacke bauen Wie viel Eisen haben wir? Weiß ich jetzt nicht Keine Spitzhacken bauen, wenn wir nicht genug haben Ich brauche nur eine Spitzhacke wegen deinem scheiß Redstone Ja? Scheiß drauf Nix Scheiß drauf Wieso kommen eigentlich nur meine Killmeldungen, wenn ich T drücke? Wie viel brauche ich eigentlich überhaupt? 36 25 habe ich gerade Und ich habe mir sogar noch schon eine Spitzhacke gebaut Gib mal her Was? Shit Du musst zu meinem Ofen gehen Da ist Wo ist er? Warte, ich zeige es dir Komm mit Da ist da oben Oben, oben, oben Du musst da mal Treppen bauen, ne? War das andere Öl bei Kürbis? Hä? Wo ist das andere? Ah, ich habe das andere Öl gefunden So Ist das gut abgesichert, oder? Ist am Fluss, ne? Nein, ist das nicht Das ist da So Das ist nicht gut abgesichert Hier ist mein little working place Und da drinnen ist der Angst Erst vom Eisen Reicht das? Fast Steven Ich arbeite hart Warum ist das schon wieder workbench da oben? Oh, noch eins Dann, dann habe ich meinen Hammer Hm? Ach, guck mal Das ist ein Noch jemand, der einen Hammer möchte? Für was? Zum Abbau Für was Abbau? Stein Ein Hammer Hat aber die Also hat den Ist nur ein Steinheimer Noch Noch Mal gucken, was wir hier alles finden Obwohl Was brauchte ich nochmal für die ganze Schmelzdinger Ich hab's vergessen Voll viel Kohle hat's hier Warte mal Stone Pickaxe Ich soll nur eigentlich mal ein Schwert bauen Weil ich hab noch keins Ich hab nur meins in der letzten Aufnahme verloren Weißt du, was ich in meinem Meta habe? Was? Einmal dort Der Anfang allen Minecraft Nein, das ist einmal Holz Steven Okay Das ist der erste Der erste Holzblock ist aller Anfang Wir müssten Stein in der Truhe oben haben Warte, ich guck Du weißt, was man noch für einen Hammer machen muss? Steven? Ja? Ja, wir haben ganz viele Steine Warum? Dann mach dir auch mal einen Steinhammer Steven? Ja? Welches Level bist du gerade? 13 13? Oh, mies Ich bin erst Level 7 Und wir machen da mal auch gleich einen Steinhammer Darf ich mein Dad behalten? Ja, das Okay Ich werde es da hinsetzen Ist das dein Glücks-Erd? Oh, Eisen Sieht das nicht gut aus? Moment Eisen Ja, sehr schön Achso, ich brauche ja noch ein Ding Wo im Dorf war das Teil? Als ob ich das noch selbst bauen müsste Ich bin gerade nur hier am... Erstmal mein Argumentationswerkzeug auspacken Was denn? Hast du Smaragd? Ich komm mit Ich bin gerade nur am Abbrauchen, ja Ich werde wahrscheinlich eh wieder sterben oder so Ach Quatsch, wie am Tag Das, 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 das hindert nicht daran, dass ich in irgendwelche tiefen Ölplattform-Dinger reinspringe Die sind weit weg Und gut abgesichert Echt? Ja Ich hab mich von dem Gegenteil überzehnt Man kann einfach durch dieses Ding drüber durchlaufen Ja Für Legasthenie kann ich nichts Die zwei hat mich irritiert, weißt du? Achso, ja, gut Das, 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 das ist Das ist verständlich Tötest du gerade die NPCs? Nein, ich hab die Schleim getötet Ich hab einen NPC getötet, ja Warum? Darum Äh, ich hab ja noch Holz, ne? Er hat doch einen Neun Ding Einen netten Hut Ja Ist doch nicht schön Ich find ihn toll Da klatsch ich mal alles Cobblestone, was ich hab da an der Reihe Keine gute Idee Keine gute Idee Ich will, ich will Ja, machen wir auch noch Ja Äh Äh Das war, glaub ich, der Part-Bilder, den ich brauche Nein Machen wir ihn mal kurz Du scheiß Schleim, Mensch Keine Schleimat Gell, für einen Schwarz brauch ich zweimal Stein, ne? Ja Ah, scheiße Äh, äh, nein, nicht runterschmeißen Äh Hahaha, ich hab die Page geklaut, ich hab die Page geklaut Ich hab die Page geklaut, ja, stimmt Gut Tu sie irgendwo sicher verwahren Echt? Brauchen wir die noch? Ja Sicher verwahren? Ja Was ist, wenn ich sie jetzt hier hinwerb? So, steig schon Werf sie hin Hm? Werf sie hin Hast du sie? Ja LoL, ich hab ein Achievement dafür bekommen Ja Ich auch Was für ein Achievement? Boah Steven Äh, wie hieß es? Small Step to, keine Ahnung Small Step to Journey Oder ist it to Earth Journey Irgendwas da rum Aber ich Weiß nicht Molten und ein Gott ist gut sieben heißen ich habe gerade Besuch Warten warum das Geld habe ich zu besuchen Orte Meister ist der schon beim Hammer so ein Grund wenn ich über 13 sagen du willst einen Samen haben ich weiß nicht ob das geht aber kein Problem ich könnte dir ein Ding machen ich habe doch mal einen Hammer gemacht ich muss meinen jetzt habe ich mein Eisen woanders drin weißt du auch einen Hammer? ja ich habe fast 2 Stacks voll mit Kohle Steven what the fuck ja da oben da oben in der Kiste war es ich besame dich Steven ich kann es mir nicht angucken ich nehme meinen Koppel wieder mit ich brauche 2 Stück zurück was ist was man richtig brauche ist das Alu oder? ja na dann nehmen wir mal alles mit ich schmeiße euch dann alles oben rein in die Kiste oder so das was ich finde warte kurz ich mach mir meinen Hammer Steven brauchst du noch Eisen immer ich gehe jetzt auch mal wieder an die Oberfläche so ich habe meinen Okten ich habe meinen Okten Oberfläche cool hallo ja dann dein Hammer Iron Ore Meister hat dein Hammer ich habe das Eis noch reingeschmissen wo ist der Hammer? Meister hat ihn gib den Hammer her hey hey warum habt ihr so schöne Hüte und ich nicht? gibt es da noch einen? ich brauche noch was zum Essen äh Steven äh Steven willst du wissen wie mein Hammer heint? na Mr. Killer Hammer ha wird doch ein geiler Name für den Hammer, oder? was Mumu Klopper was ist jetzt wenigstens großschreiben können? Quatsch das ist ein Kind der virtuellen Welt ich habe nichts ausgeschrieben groß und klein schreiben ist unwichtig hier drin genau hä? was los da? ey der baut voll viel ab, kann das sein? ja ein 3x3er square echt? mein Hammer ist weg ich habe Dommel deinen Hammer zugeschmissen ja Dommel hat meinen Hammer wo ist mein Hammer? der heißt Hammer ha? dein Hammer heißt Hammer dein Hammer heißt Hammer ah ja komm ich bin unten meiner heißt Oktensteinhammer meiner heißt Oktensteinhammer meiner heißt Mumu Klopper ich hätte gern meinen Tor genannt aber also wie war das? wir haben jetzt äh Redstone gefunden nein nein dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen und dann kann Meister die Pumpe bauen und dann können wir das Ohr hochpumpen wenn ich nicht dabei draufgehe du gehst nicht dabei drauf ich hab gern meinen Hammer ich glaub ich muss mich nochmal hochgraben ich hab gern meinen Hammer 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 du hast den Hammer du hast den Hammer hast du den Hammer genannt oder? dann der heißen Standard ich hab ah ok hey noch mehr Raw Silikon ich bräuchte was zum Essen ich bräuchte was zum Essen ähhhhhhhhh du kannst ja ein Brot machen hä? du kannst ja ein Brot machen wie? ich hab hier Weizen 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 weißt du was? mehr Weizen ey warum hab ich kein Weizen? warte warte hier ich hab kein Weizen gut dass ich immer ne Workbench dabei hab weißt du weißt eh nicht wie ein Brot geht ich hab ein Brot ich glaub ich klopp mich mal da durch kloppen 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 ha guck mal da scheißen noch mehr Eisen tja ich weiß wo ich grabe die bessere Frage ist finden wir diesmal Diamant oder wird es wieder eine endlose Suche und wir finden nichts steven ich bin dabei hör mal auf rein zu bauen halloo nachher weiß ich nicht mehr wo es raus geht ich glaub ich brauche unseren Eingang zu nein du kannst dir das Wasser da oben zubauen ja das ist einfach ne Idee äh glaub ich klopp mich da mal durch au guck mal da bis da zu die Steven würdest du das aufsammeln? sammel's auch ich kann's nicht aufsammeln ich bin voll wasser ist verbieten was greift mich da an? was greift mich da an? was greift mich da an? achso ich hab nix zum essen steven ja ich hätte gern was zum essen du weißt ja auch das Brot isst Steine isst Steine isst Steine ich brauch was zum essen isst ne Fackel ich geh vielleicht rauf ich hab aber echt nix zu essen deswegen schreit ich dir nicht auf hast du nicht das Brot gemacht? ich brauch das immer was zu essen achso ich hab auch schon hast du hast du hast du wie viel Weizen hast du? ich hab noch ich hab noch 5 Dinger gell hier 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 was 5 Dinger? ich hab noch 5 äh hast du Weizen? ja geh mal Weizen ja toll dein Weizen ja ich hab schon das eine Kram das Jobmeister hat sie na super geh mal die Kartoffel her ey Kusch hat einen Weizen drauf ja weil ich's dir zugeschmissen hab so jetzt geh ich erst mal hoch und guck mal ob's was zum futtern gibt äh ich hab noch 8 Eisen Steven gut aua aua geh doch da hoch geh doch da hoch hey wenn das ist weggeklopst warum fehlen da zwei Leiterstufen? ne da fehlen keine Leiterstufen da fehlt Ding dass man rüberkommt ich fress mir jetzt ein Hähnchen aua hat das weggeklopst die hat weggeklopst wieso? er wollte uns nicht mehr genau jetzt auch wieder nix ey ich brauch was zum Essen ich brauch was zum Essen wir haben 13 Brote in dieser Truhe oh Karotten ja nimm die Karotten wir haben sogar 18 Brote da drin ich brauch Karotten die Augen sind so schlecht hä? aua aua was für Augen? wegen den Karotten la 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 li du da di da di da du da di da di da du ey da ist ein Zombie gehirn drin äh Meister? Meister? mhm? bist du noch oben? ja guck mal ob wir alles für ne Pumpe haben glaub ich ja immer ich hab jetzt grad ein Schild gemacht ich hatte noch einen da da du 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 ba da bu bu du bu bu du bu bu äh lalalalalala was willst du mit Pumpe? hm? was willst du mit Pumpe? Ding hochpumpen das ist ja ja hast du ne Pumpe? naja du solltest gucken ob alles genug für Pumpe da ist wir haben Sand wir dürften eigentlich alles für ne Pumpe haben genügend Glas wir haben Sand ich mach mal so ein Behälter ich glaub Redstone hatten wir ja auch gefunden zur Not hab ich grade ne Ader freigelegt mhm mhm auch guck mal Lava Sand fangen wir die Kohle Leute wir haben keine Kohle ich hab Redstone gefunden wow endet nichts dran dass wir keine Kohle haben ja warte ich mach mein Hammer schnell kaputt kohle ich hab genug Kohle ich hab zwei Stacks voll ich hab zwei Stacks voll oh oh redstone ey redstone Ader redstone Ader und dann schlubb 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 Warum kann ich das nicht abbauen? Ich glaub dazu bin ich heute nicht in der Lage. Warum kann ich mit dem Hammer kein Redstone abbauen? Weil das nur ein Steinhammer ist. Hab ich jetzt Diamanten gefunden? Bin ich toll? Komm lass mich toll sein, bitte. So, ich komm hoch, ich komm hoch. Oktin ist erschöpft. Haha, ich hab Diamant. Steven. Wie viel? Wie viel? Wahrscheinlich die Spitze hat geschlecht und das Diamant noch kaputt ist. Ich hab zwei Diamant. Ich hab wenigstens Diamant gefunden. Ja, im Gegensatz zu ihr. Euch. Das stimmt. Ich meine, wie viele Stunden haben wir jetzt Diamant gefunden? Ich weiß es. Ich glaub ich kann es nicht. Alter! Stimme! 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 Sehr nice! Sehr nice! Das sah sehr spektakulär aus. Was sah spektakulär aus. So, einen Tank haben wir schonmal. Und ich hab kein Holz mehr. Ich hab kein Holz mehr. Ich hab auch Holz für die ganzen Zahnräder, ne? Ja. Ich hab schon. So. Da ist auch noch Redstone. Hammer! Das mal gucken. Was da alles hat. Nix. Da ist auch nix. Das dürfte Eisen sein da drüben. Jawoll, das scheißen. Ah, da ist noch Redstone, die ich nicht ergesammelt hab. Achso, ich bin voll mit Redstone. So. Wo? Wir haben kein Eisen, ne? In der rechten, im rechten Ofen drin. Ach, schon wieder Redstone. Ist eigentlich noch niemanden, da ist unser schönes Zuhause-Schild aufgefallen. Welches Zuhause-Schild? Hättest du's jetzt nicht gesagt, dann wäre das nicht aufgefallen. Ich find, das muss mir auch klar. Ja, muss das. Äh, jetzt machen wir mal einen schönen Palt-Stop, ne? Steven. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.